Liebe Jelkowankinder, ich heiße Dorothea Henssler und bin als Kultusministerin für die Schulen im Lande Hessen zuständig. Ich kümmere mich darum, dass gut ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer in ausreichender Anzahl an den Schulen unterrichten und ich sorge dafür, dass der Unterricht nach modernen Methoden stattfindet und die Lerninhalte auch immer aktuell sind. Lernen und zwar lebenslanges Lernen ist in der heutigen Zeit ganz wichtig, da das Wissen sich sehr, sehr schnell verändert. Deshalb erhaltet euch eure Neugierde, die ihr ja von Kindesbeinen an habt, bleibt wissbegierig und geht mit großer Freude auf alles Neue zu. Für diejenigen Kinder, die in Deutschland leben, möchte ich Folgendes sagen. Deutschland leben und Deutsch sprechen und Deutsch verstehen gehören zusammen. Nur dann werdet ihr in diesem Land eine Heimat finden und das wünschen wir uns und darüber freuen wir uns. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß bei eurer Quizschau.